FESTHALTEN Äh, ich glaube, du bist hier falsch. Nein, ich bin hier richtig. Das Kostik. Ja, wir fahren zur Rockmeisterschaft. Aber wie kommen wir an die Flugtickets? Wir fliegen nicht. Echte Bands fahren mit einem Tourbus. Und du willst, dass ich zwei Hosenscheißer für 5000 Kronen durch halb Norwegen kutschieren? Das ist ja echt geil. Rock'n'Roll! Wo ist mein Bus? Gib mir deinen Fahrer nicht, mein Polizist. Her damit! Du hättest auch einfach ein Auto nehmen können. Es ist ein langer Weg. Wenn ich den Jungen in die Finger kriege. Für die beste Band der Welt. Es ist wie Kaffee. Mit der Zeit gewöhnst du dich dran. Erlebt den Roadtrip des Jahres. Du musst coole Eltern haben, dass sie dich hier mitfahren lassen. Mit Tilda. Sag nichts gegen meinen Freund. Grimm. Du bist echt der beste Fahrer der Stadt. Martin. Mach dich bereit zum Navigieren. Und Axel. Was? Echt? Wir hauen vor der Polizei auf. Auf dem Weg zum Auftritt ihres Lebens. Festhalten. Was? Wir springen? Kilda und die beste Band der Welt. Wenn I love you, won't you be mine? Demnächst im Kino.